ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh 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 nein Steven bist du tot? Nee der lebt noch, leider Gott sei dank sonst was Der Typ ist wie Unkraut, weißt du der Spagn... Ehem nein 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 dafür wirst du gepanisch werden du bist doch faker scheiße die anderen faker ist es erschieß ihn doch bitte ne ja bitte wer hat das jetzt gesagt moment das ist kritisch ich hab keine Waffe ey wo ist er ja hier unten bei dem weißen Haus ja geht da nicht rein dass es in Scheiderfalle wieso lagts? das frage ich mich aber auch kackpott alter alter ahhhh defend den kann ich dir kurz confirm wenn du willst den kann ich dir kurz confirm wenn du willst ne warte mal das nicht nice richtig nice jojo als ob der auch second chance hatte ich hoffe er hat nur 2 HP gehabt ohne Milition mehr das war ein bissel blöd richtig nice alter das haben wir richtig schön geplayt bei maluki was war das da unten bojan dein kill war so schön du killst du mich was ist mit dir du wirst da so schön gestanden du willst bin blicken oder so ich bin nicht auf der Map ich bin im Wasser ich ertrink hei dann stirb du hast ja sowieso gleich wieder gespawnt sorry das war aber einfach zu lustig muss ich jetzt einfach so geleist funny meme xd alter steven das meme hab ich gerade rausgeknallt du hast 5 Leben gehabt und nie oh man 20 schließt auch mich auf einmal fängt mein Spiel an zu lag hab Bock ja und wieso wieso erschirrst du da ist schon wieder einer gespawnt weil es ist ja eh schon wurscht oder ey steven steven die aussagen hätten die steven die aussagen hätten die beim vortrag eigentlich bringen müssen weißt du hier media cdf erteil what da da ist eins luki bei mir ist eins gerhard eins gern hat der gerhard jan geh durch weiter immer rülf öfters gelöhnt gern hat bei mir 20 Jahren wieso kommen wir da nicht hoch da nemo ich bin reiter im Pferd das kannst du vollstuhl hören da faker wurde direkt DT komm mal her äh immer DNA nimm mal DNA also Jan ist traitor übrigens also da wo ist der eigentlich wir gehen in der Shit mit dem DNA ich hab komoly mehr ich hab komoly mehr der wir gehen in der Shit Oh nein Lukas 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 Du wirst nicht in der Ecke, ne Waffe aufheben, erst mal direkt in den Kopf und Deckwaffe. Ich wusste halt nicht mal was ich war, ich hab das noch nicht mal gesehen bei mir und das noch nicht mal gemacht. Nein, ich wusste auch nicht ob du mein Kollege bist, deswegen einfach rein. Ich wusste auch nicht, dass ich kenne. Typisch, ja. Er dachte sich einfach... Ne, weißt du was das typisch ist? Das war als ich und Peter bei den Traitor, weil ich am Anfang einfach direkt angefangen hab zu schießen. Und Peter halt einfach nur 3 HP oder so hatte. Und das war nur Spaß. Ja, dann hätte ich schnell wenigstens gekillt und hab gesagt, oh, das war schon besser gekillt. Ich bin ein Traitor. Okay, Remo ist fredig, Abschluss, ich bin DT. Remo, wo bist du? Ja, der ist grad hier und gestorben, warte. Gegen ihn wie peck. Warte, ich... Herr, Herr, ähm, äh, hier ist äh... Ne, was ist da neben... Nein, Fass, geh weg, geh weg! Nein! Geh weg, geh weg! Geh weg, du... Oh, wie ein Schimmelbrot! Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja, ich schieß auf Nemo. Ich schieß auf Nemo. Ich schieß auf Nemo. Ah! Ist es, Jan, ganz ehrlich? Hey, wieso? Du hast Zeit zum Abschuss! Luki, wieso? Hättest du doch... Ich schür nur auf dem DT. Aber es war nie frei zum Abschuss. Wir haben immer zum Spaß gesagt. Ich hör nur auf meine Mama. Ja, ich hab trotzdem drauf gehört. Ich hab auch beide gemacht, glaub ich. Ja, komm mal nie mehr. Mann, das ist doch so witzig. Ich war zwei mit Traitor, und zwar bin ich random killed worden. Bullshit, nimmer. Ich bin auch vom Master gespawnt. Ne, es ist so, auch mal vom Poshi, auch mal vom Jan. Ah, Leute, es wär schon nett, wenn ihr wenigstens aufhören würdet, wenn uns zu killen, sonst die Aufnahme ist eh schon scheiße genug. Ich darf ja schon zu viel rauspiepen. Achso, ja, nee. Ey, lass doch die weg, lass doch noch ne neue. Dann kann man einfach noch ein bisschen nachlegen, oder? Als der Olli was dir tun hat. Oh, Mann, was die Shit. Olli muss sich ja schon irgendwie lohnen. Ey, wieso ist da ein Fass im Treppenaufgang? Hier ist ja wieder nicht schmissen. Warum liegt der nicht so? Warum hast du eine Maske auf? Nein, Steven, die einzige Fahrt, die sich eigentlich stellt, ist, warum Marc eigentlich Remarkable ist. Punkt. Das Haus explodiert, ich bin noch nicht gestanden, das wird weh, du. Da, Steven, das Haus explodiert. Mein Freund lebst du noch? Ja, ich hab grad Jan beobachtet. Ja, ich dachte, das ist mal über den Witz. Geh, weg, 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 weg. Ich hab einen Faden gekriegt. Mir ist er einmal auf dem Kopf, weil ich hab einen Faden gekriegt. Echt jetzt? Bei mir ist er Nemo. Danke. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Also, wenn irgendwer in das Haus kommt, dann ist es gut. Nemo, ist das Nemo? Ich bin's nicht, ich schüsse ich auch bei mir auf. Ah, das ist doch nicht. Nemo hat auf mich geschossen. Hat für euch den. Ja, GG, Inno, Nemo, du bist ein richtiger Spaß, alter. Ne, so was dummes hab ich lange nicht mehr erlebt. GG. Da, Olli, oder? Ja, endlich ist er. NEIN! Doch, doch, Olli, doch. Doch, Olli. Mein Junge, doch. Endlich ist der Jan. So, Freunde. Will der Traitor? Ne, du bist der Täter. Olli, hier, hier, hier. Da ist Olli, ist schon wieder einer. Wozu kaufe ich mir ne Gronkh-Bombe? Das ist doch lame. Wo ist der? Ah, er ist im Traitor-Haus. Fett. Hilf's mal Luki, bitte. Koller, du bist der Letzten, neben den zwei Traitor. Ach, halt. Wo ist jetzt Lukas? Das ist die Frage. Der ist im Traitor-Haus grad gewesen. Hä, was ist denn das Traitor- Ach, das Haus. Ah, jetzt. Ist mit der Bombe drin. Ja, okay. Ja, ist er auch, ist er auch. Hast du noch nen Friendship Beam? Ne. Keine Credits. Wenn ich jetzt reingehe, bin ich eh tot. Ja, lass mal nicht reingehen. Er sitzt links in der Ecke. Er sitzt, wenn du da geradeaus... Äh, okay, er sitzt da nicht mehr. Er ist oben an der Treppe, der kämpft oben an der Treppe. Nein, du hast es in der Nacht. Hallo, 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 hallo. Leck mich am Marsch, du machst dir damage. Der hängt er. Oder du weißt eigentlich nicht mehr. Das muss ich sagen. Wie kann der Jürgen ein Karma von 8400 haben? Wie kann der Jürgen ein Karma von 8400 haben? Wie kann der Jürgen ein Karma von 8400 haben? Wie kann der Jürgen ein Karma von 8400 haben? Wie kann der Jürgen ein Karma von 8400 haben? Wie kann der Jürgen ein Karma von 6600 haben? Das muss man eigentlich sagen. Also Oli, dafür, dass du immer rumflamest, dass dein fucking Second Life nicht funktioniert... Das hat jetzt das zweite Mal funktioniert. Oli! Das ist auch nö. Das hat jetzt zum zweiten Mal funktioniert, Steven. Ich bin froh darüber. Geil, danke dir. Bei dir ist mein Karma getroppt. War schön. Weißt du, Steven, ich hab mir extra wieder eine Gronkh-Bombe für dich gekauft und dann... Nee. Nee. Und dann bin ich gestorben und hatte die Gronkh-Bombe nicht mehr. Trauer. Dead Life. Steven? Ach, by the way, ähm... Kommst du jetzt morgen mal mit in den Mock? Nein. Warte mal Steven, ich schick dir mal kurz was bei Whatsapp. Das hat dir Chrissy gerade in feinster Arbeit herausgearbeitet. Lies es dir mal durch. Bestimmt so vier Argumente oder so. Ja, wahrscheinlich. Ne, jetzt, es geht eigentlich sogar. Ich hab's grad mal gelesen. Es, äh, sind zumindest mal Argumente, wo du sagst, die klingt ja immer noch komplett... Sondern mit einen halben Argumenten, die er schlagen kann. Nein, mit zweien. Mit zweien. Echt ins Letz? Echt ins Letz? Jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg. Äh? Warte. Jan war's. Jan war's. Wer hat er geschossen. Wer hat er geschossen. Jan hat er geschossen. Der Spaste. Der Spaste. Wer hat... Oh Jan. Man vermisst den mal. Hab ich schon, der ist innocent. Ja, ich dachte, der war Traitor und wollte mich killen. Der Nemo ist bei mir. Super. Danke Jan, danke für nichts, GM. Dank Granate. Hui. Mach das der Nemo, okay, weg. Nein. So ein Spasti. Übrigens, wenn jetzt jemand auf dem rechten Teil vom Haus oben ist, ist er frei zum Abschluss. Nein. Dann wird er mit dem Teleporter hin. Oh Mann. Da äh... Steven hat geschossen. Nein, Steven hat geschossen. Da ist er nur mehr oben. Also Gandilu. Falls jemand was im Test schreibt, ich kann das nicht lesen. Tut mir leid, ich... Wenn ich beim Aufnehmen minimiere, ist bei mir vorbei. Was ist? Du hältst mir jetzt gefälligst? Ja, wo bist du? Bin bei der komischen Pferd. Ich hab auch irgendwas gemacht. Bei mir ist der Ghandi Lubez. Warte, ist der Traitor? Mach mal weg. Mach ihn weg einfach. Ne, wir machen weg, das machen wir die weg. Da liegt der Luki. Der war Dieter. Ja, mach ihn weg jetzt. Der war das ja kein Challenge Cup. Wen? Da ist der Luki. Warte, wen jetzt? Wen soll ich wegmachen? Ne, Nemo. Wieso? Da ist der Luki. Warte, wen jetzt? Ich hab Angst, dass der Lukas mich weg war. Weg! Weg! Ich... Ich... Ich hab eh schon 15 HP. Bei ihm wäre die feste Ausgussung. Warte, wenn ich dort war. Der Game Player, der Oli. Der Oli. Geh weg! Geh weg! Ja, okay. Sorry. Ich steck fest. Ich bin zu breit für diesen Baum. Gott. Hm. So ist es und so war's. Es blommst tief. Nachrücken kommt der Arsch. Oh oh. Ich bin abgeschüttet. Nein. 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 Nein, ich bin RIP, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jojo, wer solche Plays macht, der hat's nur verdient. Und gerippt zu werden. Oh. Hm. Was? Jojo, ich schreib fünfmal Gandilubitz, 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 Gandilubitz.